Hückelhofen, Türkei, vor einigen Jahren verblüfften die Wollni-Schwestern alle mit ihrer krassen Gewichtsabnahme. Jetzt sorgt eine weitere Veränderung für Aufsehen. Silvana, 32, und Sarafina, 29, haben sich einen sichtbaren Beauty-Eingriff gegönnt. Nesthäkchen Loredana, 20, hat im Dezember 2023 vorgelegt und sich in der Türkei die Kauleiste rund erneuern lassen. Ihre Schwestern sind jetzt nachgezogen. Ob es in der Dentalklinik womöglich einen Mengenrabatt gab? Ungewiss. Auf Instagram gab sich Silvana gegenüber ihren Fans zunächst noch sehr geheimnisvoll. Lange war es ruhig. Eine spannende Sache, die hier in der Zwischenzeit passiert ist, wollte ich euch jetzt erzählen, erklärte sie jüngst in ihrer Story. Dann ließ sie die ohnehin schon offensichtliche Bombe platzen und verriet, Ich habe mir die Zähne machen lassen. Aktuell trage ich das Provisorium. Weiter offenbarte sie, dass der Gang zum Zahnarzt für sie lange Zeit der blanke Horror gewesen sei. Das Thema Zähne ist generell ein unangenehmes Thema für mich, war schon immer so, stellte Silvana klar. Ich hatte auch sehr lange Zahnschmerzen und bin auch ein Angsthase, was den Zahnarzt angeht. Nach Schwester Silvana, auch Sarafina Wollny will über Zahnkorrektur berichten, um sich den Traum von einem perlweißen Lächeln wie Stefan Raab, 57, oder Robert Geis, 60, zu erfüllen, war die Zweifach-Mama sogar bereit, extra in den Flieger zu steigen und die rund 3000 Kilometer in die Türkei zu reisen. Ich habe einen Zahnarzt gefunden, bei dem ich mich richtig wohlfühle, freute sich die TV-Bekanntheit. Selbiger Kauleisten-Klempner hatte auch schon im Mund ihrer jüngeren Schwester erfolgreich Hand angelegt. Weil ihr während der Schwangerschaft mit Söhnchen Aurelio, 1, 2 Zähne abgebrochen waren, ließ sich Loredana vor rund einem halben Jahr Kronen einsetzen. Um die Verständigung mit den Ärzten kümmerte sich jeweils ein Übersetzer. Wie einem neuen Schnappschuss mit Töchterchen Hob Angel Silvia, 1, auf ihrem Insta-Profil zu entnehmen ist, hat sich auch Sarafina die Beißerchen richten lassen. Details will die 29-jährige Dreifach-Mama aber erst später preisgeben. Mehr Geschichten rund um die wohl bekannteste Großfamilie Deutschlands gibt es aktuell immer mittwochs ab 20.15 Uhr in der neuen Staffel von Die Wollnys. Eine schrecklich große Familie bei RTL ZWII zu sehen.